Hallo und willkommen bei dem Guide Hab ne Gruppe, jetzt will ich reißen Zwei Hallo Mit mir dabei ist wieder der liebe und nette Spanier Und wir füllen jetzt so langsam hier die Gruppe Und wir sind schon mal in OG Und werden jetzt versuchen Die Leute nach OG reinzukommen Oh, da kommt er wieder rein Wir hoffen natürlich Dass wir auf Dass wir da annehmen Und ich werde jetzt schreiben Stemme auf 25 an Port an Nein, nein Doch, ich portet schon Und mal sehen Ich hoffe der Port geht durch Oh, das wird was Das wird was Ich bin im Kampf, scheiße Achtung Wo stehst du? Ich stehe hier ganz Ja, genau So, komm Bitte Die sollen annehmen Achtung Jetzt geht's los Okay Achtung Jetzt warten wir mal ab Wie viele hier den Port annehmen Da kommen schon die ersten Hortler Und Da kommt Oh, jetzt wurde ich abgemautet Scheiße Und der zweite Ist auch der dritte Hast du es aufs Raps? Oder Ja Und da kommt der nächste Mensch, Mensch, Mensch Also bei der Horte Da haben ein paar mehr angenommen Die brauchen hier aber ein bisschen länger Oh 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 Das ist schön Einige Direkt Vors A geportet Die Anjanzler Wir wollen den BVB-Bos machen Und zwar Garrosh Ja Ist aber Ist aber kein Problem Wir machen gleich den zweiten Teil Wie rette ich meine Gruppenkollegen richtig? Ja Genau Sag mir jetzt gleich mal Bitte bleib dran Bitte schall ich noch nicht weg Es ist noch nicht vorbei Super Jo, ich bitte dich Jetzt Wie viel sie tun? Drei Fünf Sechs Neun Leute Ich mach Massenwiederbelegung Jetzt kannst du retten Ich rette Ich rette Mal gucken wie viel an Ich nehm mal an Ich nehm mal an Dass man sieht was passiert Und man fängt hier runter Und hier Das ist voll kalt Leute Macht es Hab ne Gruppe Jetzt will ich reißen Portet die Leute Einfach mal zum PVP-Boss In OG Und Nehm doch ein Dudo Mit zum retten Mit Massenretts Und dann sterben sie Zweimal Wirklich toll Wir bedanken uns Das macht Spaß Und Nachher Fängt das Braufest an Und da machen wir Noch tolle Braufest Guides Bis nachher Und macht's gut Mit uns beiden